das ist eine Kiste, wir haben echt gerade voll in den anderen Link gekommen geh mal nach oben soll ich nicht noch nach vorne gehen? alter Schwede aber nicht so, ey Peter ich weiß nicht wie alt das Ding ist, aber ganz vorsichtig rutschen, ne? ja was mach ich denn gerade? aber ich werd da nicht nach oben, ne? bist du dahinter, alter? bist du da, alter, ey, ich hab zu viel Schicksal kriegst du wieder mit angst zu tun? ja, ich schon, alter boah, alter ey, fuck you ich guck die ganze Zeit gerade aus, meine Haare wird rutscht ich guck die ganze Zeit gerade aus, meine Haare wird rutscht aber lass mal nicht zu weit in den Fendt gehen, ne? was hinter passiert, sonst mach ich praktisch die Fendt da hin, nimmst du gerade auf? ja, ich nehm schon die ganze Zeit auf ja, ich nehm schon die ganze Zeit auf hier bin ich hier bin ich hier bin ich hier bin ich da ist immer geht der nicht so hart auf die Dinge hin, bitte ich hab da gar nichts zu machen, Bro ich hab da wieder Wackel zu scheiße jetzt müssen wir hier die Leiter hoch nein, das ist nicht reicht das? ja soll ich hochgehen? geht denn so fuck, Alter boah, guck, ey so 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 sind wir geklettert, Bro achte mal was denn? was was denn? was denn was denn Taschen tun, Bro das geht nicht ja, aber jetzt nee kindlich ey, wir haben Eier ohne Alter, wir haben echt Eier, Bros ey, guck mal, hier sind zwei Nächte das schlimmste runter zu gehen ja wird schlimm sein, aber wird schlimm sein, aber ja ey 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 ey